Musik Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Notruf 1 und 2 der Feuerwehrseballador. Ja, in der letzten Folge hatten wir natürlich super viel zu tun. Schlägerei im Verkehrsrundfall und dann hatten wir natürlich eine heiße Ölspur in der Sahara. Und was diese Folge kommt, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall bin ich voll mit Adrenalin und das kann einfach abgehen jetzt. Da können wir die krassesten Einsätze kriegen. Wie man sieht, das ist auch schon abends, 19.23 Uhr. Schauen wir mal, wann das alles so kommt. Jo, da haben wir unseren ersten Einsatz. Gebäudebrand. Jo, starten wir mal wieder mit der Drehlader. Ich liebe die Drehlader. Ein paar Mal schon benutzt. Äh, Quatsch. Ein paar Mal schon gefahren. Noch nie benutzt. So war das. Schauen wir mal. Vielleicht dürfen wir sie diesmal benutzen. Ab. Durchs Büro. Zimmerbrand. Einsatz für ELW. Ach. Was? Wie können die denn schon da unten sein? Gibt's doch nicht. Und da. Ach, die müssen sowieso auf mich warten. Von daher. Ach, bitte. Ganz entspannt. Hinknien. Geh mal ganz entspannt. Ach ja. Lieber Gott, öffne diese Tür. Tja. Vielen Dank. Äh. Motoren. Blaulichtern. Abläpplichtern. Kabinenbeleuchtungern. Heckbeleuchtungern. Und äh. Wir warten wieder. Ich muss schon mal ein Stück rausfahren. Gucken wir mal. Von Gerät. Auf mich. Zum Einsatzort. Fahren Sie ruhig vor. Ist kein Problem. Sind wir die Nächsten? Jo. Dann ballern wir mal hinterher. Ah, die haben das auch wieder mit der Rettungsgasse hier heute. Hä? Fünf Meter gefahren. Wenn man aber zu Fuß drüber gehen kann. Was ist das denn? Naja. Ist das guter, ist das guter Stehplatz? Ich weiß ja nicht wo es brennt. Also. Keine Ahnung. Können wir hier stehen bleiben? Machen wir einfach. Legen wir mal los. Ja. Komm. Gehen wir mal gaffen. Lassen Sie mich durch. Ich bin gaffer. Und hier. Wir sind angekommen. Können die wahrscheinlich auch sehen von der Zentrale da drinnen. Guck mal. Die lassen sich auch ewig Zeit. Immer und immer wieder. Ja. Stieß du gut da? Ja. Genau. Also wo brennt das denn? Ich kann ja noch gar nichts sehen. Gebäudebrand. Das wäre auch geil gewesen, wenn man wenigstens Rauch sehen könnte. Das ist doch mal. Ach. Ach. Jo. Äh, hallo? Äh. Soll ich nix machen? Wieso bin ich denn hier? Soll ich mal die Drehreiter benutzen? Alle Personen sind aus dem Gebäude. Verstanden. Ach, das ist doch mal schön. Feuer im Gebäude. Das ist nicht so schön. Ach, wir sind nur Beobachtung. Na toll. Ich würd sagen, dann switchen wir einfach mal, damit wir auch was zu tun haben. Hm. Irgendeiner, der was zu tun hat. Hehehe. Keiner? Oh, Leute. Da. Komm, hier, wir löschen. Geh, das will ich jetzt ein bisschen zügiger, damit wir noch ein bisschen Drehleiter fahren können heute. Lolololol. Schön. Ach, das qualmt aber. Ach, nur wer die Drehleiter benutzt. Nur ruhig wechseln, ne? Nö, da wechsel ich wieder zurück. Sollen wir die denn auch ausfahren? Oder bleiben wir hier stehen? Oder wat? Was hat er denn gemacht? Die Decke sauber gemacht, oder wat? Also, Leute. Na, dann, äh, machen wir das eben. Hier mal ein bisschen. Ach, da lodert aber auch. Irgendwie passiert ja nicht viel, ne? Stell die doch mal hin. Kannst besser gucken. So, da noch ein bisschen. Nee, wie dat faggelt, du. Geht mal näher ran, da. Das brauch ich sehen. Das ist ja auch mehr Küchenbrand, ne? Oder was das auch immer darstellen soll. So. Hört sich auch schon mal gut aus. Hier nochmal ein bisschen. Hört sich das da in der letzten Ecke da, ne? Oh, hier ist auch noch wat. Aber hier in der letzten Ecke. Riecht man halt überhaupt aus? Sag mal. Mensch. Mach erstmal hier drüben. Erstmal die einfachen Stellen. Und dann das schwierige hinterher. Mensch, wie dat faggelt. So, fährt er noch die kleine Ecke hier. So, oder wat? Fährt er noch wat? Nö. Feuer, lösche. Lösche, Feuer. Ist doch aus. Oder wat? Oder ist... Baut das noch mehr? Nö. Ist doch noch mehr Feuer, oder wat? Nö. Ist dat schon wieder verbuggt, oder was? Krieg ich doch die Kretze. Hallo, ist hier noch jemand? Ich lösche mal hier ein bisschen. Ah ja, jetzt so. So, Feuer aus. Was ist dat? Was ist dat denn? Ja. Wir wechseln halt heute ja zu Dreh, leider. So. Können sie mal melden. Feuer aus. Was macht der denn da? Bin ja nicht auch ne Taschenlappe, oder wat? Keine Ahnung. Das weiß keiner. Wo ist er denn? Ist kein Schlauch doch hier. Steht er auch nur da. Hä? Ach, Leute. Das ist mir zu bunt. Gibt's doch nicht. Weil die sind Bugs, ne? Denkt man doch oft, wird ein schöner Einsatz. Nee, also. Kann ich schon wieder abhauen? Nö. Wissen Sie wat? Das, äh... Das ist mir zu blöd mit euch. Ich geh. Ich geh. Auf Wiedersehen. Nee, da mach ich nicht mit. Wenn die meint, die müssen rumbacken, dann... Nö. Das ist... Nee. Das ist nicht mein Niveau. Auf Wiedersehen. Na, sind Sie gerade zurückgekommen? Ja. Das ist aber schade. Na, was haben wir hier? Heimrauchmelder ausgelöst. Dann fahren wir mal den ELW. Hä? Ach, das Auto ist doch hier... ...ein ganz anderen Ende, ne? Osterfeld. Ach, nö. T-L-K-23-12. T-L-F-1. R-T-W-1. Osterfeld. Osterfeld. So, rein da. Och, nö. Bla, bla, bla. Alles anschalten hier. Zack. Wir brauchen noch alles. Das ist ja der Partybus. Schauen wir mal. Rauchmelder. Vielleicht ist da ja auch gar nichts. Was soll denn dort? So, sind wir da auch? Hau ab da. Danke. Und hier piept das schon. Fahren wir mal hier sogar. Mal näher dran. Brauchen wir mal nicht so weit laufen. Sie muss man nicht immer warten, bis alle da sind. Kann ja schon anfangen. Echt merkwürdig. Und jetzt geht er wieder rein mit seiner Brechstangen-Down-Holder. Denkt von der Decke. Höchstwahrscheinlich. Mal gucken. Machen Sie Platz. Ich muss gucken. Ist das hier dran? Klingt ganz normal. Oder hier oben? Komm nicht rein. Kannst du den? Ne. Ach. Das war's, oder wat? Das ist doch ne Farge. Ach, wissen Sie nach Werder rein und ich nicht? Wissen Sie wat? Ich hau ab. Das ist mir zu bunt hier mit euch. Nix. Das machen wir nicht mehr. Tschüss. Auf Wiedersehen. Weg da. Da spielen wir nicht mit. Oh. Das ist aber nicht die korrekte Straße. Macht nix. Wir müssen jetzt auch mal checken, ob das hier brennt. Ja, hier brennt nix. Nee, alles gut. Wir haben... Schön. Ja. Sehr schön. Okay. Alles klar. Auf Wiedersehen. Ich hab'n, lassen Sie mich durch. Ich hab' an. schön einparken, daran sind wir ja Profis. So, tschüss, auf Wiedersehen, vielen Dank. Jo, ich würde sagen, machen wir Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen zu NotDRAF 1, 2, 2, Feuerwehr, sobala. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Auf Wiedersehen, macht's gut.